So, da sind wir wieder. Laura D. und Jan Ole am Cello und Klara als Zuhörer. Am Teppich. Am Teppich, genau. Am Boden. Ja, aber sie ist nicht wirklich am Boden. Klara mag Musik, besonders die Musik von Laura D. Und wir spielen jetzt Living Alone. Wenn ich mich nicht mehr so fühle, then nobody, nobody will realize. Ich habe das Gefühl, dass ich nur die Augen auf dem Schadenreie in den Augen. Ich kann nur sagen, nur ich kann sagen. Ich bin immer wieder so leitier, so leicht. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. Bye, bye. Klatschen, Clara. Clara, klatsch schon mal. Klatsch schon mal. Yeah! Ja! Gal sofort, klatsch schon mal ist.